hier ein schöner duett halbtransparenter grünfarbener stoff mit der nummer 22 gustav 01 das ist so mit dieser das ist hat diese struktur des japan papier sehr beliebt bei den kunden weil es etwas natürlicher wirkt ein helles frisches grün und die rückseite dann auch gleiche material nur in weiß